Willkommen am städtischen Gymnasium Bahntrub. Bei uns werden ca. 700 Schülerinnen und Schüler von der Klasse 5 bis zum Abitur von ca. 70 Lehrkräften unterrichtet und man kann hier alle Schulabschlüsse erwerben. Für unser großes Angebot im Bereich der Naturwissenschaften sind wir als MINT-freundliche Schule ausgezeichnet worden. Wir sind auch als digitale Schule zertifiziert. Aber unsere Schülerinnen und Schüler sind auch kulturell sehr aktiv. Etwa in einem unserer Schulchöre oder Orchester, die jedes Jahr verschiedene Auftritte zum Beispiel auf dem Bahntruberstadtfest oder bei einem unserer Weihnachtskonzerte absolvieren. Auch unsere Kunstkurse gestalten regelmäßig Ausstellungen. Etwa drei Viertel unserer Schülerinnen und Schüler kommen mit dem Bus zur Schule. Deswegen ist der Stundenplan besonders auf deren Bedürfnisse ausgelegt. Während der einstündigen Mittagspause haben die Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit, in der Mensa ein warmes Essen zu genießen oder sich am Schulkiosk frische Backwaren und andere Snacks zu kaufen. Als zertifizierte Europaschule legen wir besonderen Wert auf Kontakte ins Ausland. Etwa durch einen unserer Schüleraustausche mit Polen, Holland oder Spanien. Durch unser Programm BILI für alle bieten wir zudem allen Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit, ein bilinguales Abitur zu machen. Welcome to our school!